Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Videorezension dieses Mal zu Die Nacht der Zaubertiere von Dean Koontz, oder so? Worum geht's in dem Buch? Mr. Isaac Botkins ist Spielemacher, allerdings kein gewöhnlicher, denn seine Werke sind lebendig und sind für Kinder bestimmt, die einen ganz besonderen kleinen Freund in ihren Lebensabschnitt brauchen. Doch nach vielen Jahren Schlaf erwachen die bösen Spielsachen aus dem Kellergewölbe der Werkstatt die noch vom vorherigen bösen Spielemacher stammen. Ihr Ziel ist es, die guten Zaubertiere zu vertreiben, um anschließend Angst und Schrecken in den Kinderzimmern zu verbreiten. Und um das zu verhindern, müssen die mutigen Zaubertiere eine gefährliche Reise auf sich nehmen. Meine Meinung zu diesem Buch? Ich hatte dieses Buch mal vor Ewigkeiten bei, ich glaube es war Zeilen zum Tee gesehen und ich fand die Geschichte ganz interessant, ich fand das Cover auch sehr hübsch und habe daraufhin beschlossen, mir dieses Buch zuzulegen und es stand jetzt auch schon eine ganze Weile in meinem Bücherregal rum. Mir war schon klar, dass das hier ein Kinderbuch ist, aber ich hatte die Hoffnung, dass das hier so eine All-Age-Geschichte ist, also dass es zwar schon ein Kinderbuch ist, aber für alle Altersklassen im Prinzip lesbar ist. Nee, aber leider nicht so richtig. Es ist schon nur ein Kinderbuch. Das zeigt sich vor allem an den Figuren, die zwar schon süß sind, aber auch gerade charakterlich für Kinder eben sehr reduziert wurden. Da gibt es keine direkte Abwechslung in einem Charakter. Jeder Charakter hat halt so sein eigenes Bild, was er repräsentieren soll. Natürlich gibt es auch dieses typische Schwarz-Weiße. Also wir haben hier eben diesen Kampf gegen Gut und Böse und es wurde schon auch so gewisse Moralsachen oder, keine Ahnung, Erziehungsweisheiten in diesem Text verarbeitet. Die Geschichte ist dabei auch ganz nett erzählt, das will ich gar nicht sagen, aber es ist meines Erachtens nichts Besonderes. Es ist eben ganz okay. Zwischendurch wird es sogar mal etwas spannender und auch so ein bisschen gruseliger. Also es fallen hier schon so Worte wie Zerfleischen. Ich nehme an, das ist auch der Grund, warum dieses Buch ab 11 empfohlen wurde. Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen übertrieben, weil ich meine, es fallen zwar solche Ausdrücke, aber da wird jetzt nicht ins Detail gegangen und es sind immer noch Plüschtiere. Also ich finde es halt ein bisschen übertrieben, diese Altersangabe. Ich hätte es jetzt schon ab 6 bis 8 freigegeben, aber es empfiehlt sich ja grundlegend, dass die Eltern vielleicht das vorher einmal selbst lesen, bevor sie es den Kindern vorlesen oder es den Kindern zum Lesen geben. Mein Fazit zu diesem Buch. Ich finde dieses Buch wirklich nicht schlecht. Es erfüllt auch vermutlich die Anforderungen, die man an ein Kinderbuch mit Moral hat, aber es ist für mich eben nichts Besonderes. Es konnte mich jetzt nicht so richtig von sich überzeugen. Okay, das war es dann auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!